Grüezi, Grüezi, Grüezi. Schön, dass Sie zu mir kommen. Das ist einfach schön. Danke vielmals. Wieso nicht, wie das kommt? Ist ja gleich. Jedenfalls hätten wir jetzt alle Figuren schön eingeführt. Bei Mimischwiz, Dini-Schwiz macht ein Sepp mit. Und der sieht sogar aus wie der erledige Bauer-Sepp. In der Sohne bist du ein allmächtiger Schöpfer. Die Rassisten-Tallen will. Als allmächtige Schöpfer fühlen sich auch die Ninja-Warriors. Dort findet gerade die grosse Vorstellungsrunde statt. Ich bin Ninja-Warrior. Das kommt gut. Heute schaffe ich die Wand, weil ich eine Huren-Maschine bin. Ich bin Ninja-Ware. Ich mache mit, weil ich jedes Mal vor dem Fernseher und denke, ich will mitmachen. Go Spider-Ninja, go! Spider-Schwein, Spider-Schwein. Er macht das, was ein Spider-Schwein kann. Ich bin bereit. Ja. Geil, oder? Ja. Er kann übrigens etwas, was ich gar nicht wusste, dass es möglich ist. Er kann Kiwi mit der Schale essen. Und ich finde persönlich, das hat wahrscheinlich einen Schalen-Angeschmack. Ahahahahahahahah! Schüren! Hat sich eigentlich schon mal jemand überlegt, wer all die Zalando-Pakete hin und her schleppt? Das macht der Andrek Johann Ulrich hier. Die zwei Grössten hier. Die Kleinen hier. Und dann tun wir genau so, wie der Internet sie anders hinlegen und ich mache sie so. Es muss einfach die Hauptsache super anständig sein. Und die ganz Schweren haben wir die Gänge unter und die mittleren und Kleiner, also nicht die Schweren, die haben wir oben. Ja, auch so völlig untypische Runde, mal in dieser Runde mit Tee zum Wohnen miteinander zu suchen. Ich habe mir den Ton von Schnaps gehört. Ich bin zwar nicht unbedingt der Teeliebhaber und der Teetrinker. Ich habe hier im Tee, die schmecken nicht so unterscheiden. Bei mir meistens, wenn ich Tee trinke, muss ein guter Schnaps drin sein. Dann kann ich dir das richtig definieren. Aber eigentlich, dass das Kraut oder der Rinne gesotten wird, interessiert mich eigentlich nicht so unbedingt. Eins. 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 Und dann müssen wir schauen, wie die Frauen die Sachen schlecht zu haben. Denn wenn das hier unten zusammendrückt, dann hat sie die ganze Piggy-Umweg. Dem habe ich jetzt den rübergenommen. Und bei First Dates macht man sich bereit für den nächsten Fremdschärmoment. Die Begrüssung war ganz nett. Ich glaube, er war ein bisschen überrumpelt von meiner Umarmung. Hallo. Hi. Ich bin Niklas. Hi. Hi. Dominik. Der eine macht so, der andere macht so. Ich meine, das ist jeder Mann seine Sache. Ich habe jetzt selber keinen Computer. Wenn ich das sage, dann gehe ich lieber in die Läder. Schade und Zeit.